Okay, ich muss kurz Teamspeak-Olegröße ziehen. Jetzt ein bisschen verdeckt halten. Wirklich? Interessant. Interesting. Oh, da liegt was Süßes. Oh. Oh, da liegt was Süßes. Was willst du, warum verfolgst du mich? Ich werde verfolgt. Was ist hier los? Nix. Ich sehe es doch. Holla, was ist denn das? Was macht ihr hier? Was passiert hier? Ich habe gerade etwas beobachtet. Ich habe gerade... Was hast du beobachtet? Ja, das hat er beobachtet. Ja. Was hast du beobachtet? Ja. Was hast du beobachtet? Ich bin direkt aus dem Spiel und das möchte ich eigentlich nicht. Okay. Wen möchte Knechte nicht direkt aus dem Spiel gehen? Wer will jetzt aus dem Spiel gehen? Shepard singen. Was? Ja, was? Shepard, du wurdest von einem Imposter mit einer Quietschestimme versehen. Achso, das ist... So ist der Effekt. Also habe ich mich dann angehört wie die Milchbaum? Ja. Ne, ehrlich. Ja, ganz klar. Hallo! Nein, ich bin... Was soll denn das? Gmein. Nicht so ganz. Gmein. Also, Ballou... Gib hier nicht vor, Balloui quasi. Aber wen würde ich nicht, den nicht rausnehmen wollen? Ja, und Balloui hat mich... Ja, Balloui hat übrigens... Ja, Balloui würde der Safe rausnehmen wollen, das ist... Ich finde das gut, dass wir nicht... Ja, 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 ja. Jen ist in die Schattenwelt gegangen, sagen wir es mal so. Was denn für den Schattenwelt? Das ist normal. Ich glaube, da wird ein Schatten geraucht. Dafür muss man die Map kennen, Jen. Man kann dadurch in das Schwarze in der Mitte... Das ist bestimmt nicht passiert. Nee, bestimmt nicht passiert. Das ist bestimmt nicht passiert. Das ist bestimmt nicht passiert. Jen, also nur falls du mal Imposter sein solltest, du kannst da durch diesen schwarzen Nebel laufen, das können nur die Bösen. Also wenn du in der nächsten Runde oder so mal böse bist. Okay, das sind quasi die Wände. Falls das jemals mal vorkommen. Hallo. 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 Bist du wieder böse, Nefi? Nein. Bist du ganz sicher? Ja. Äh, Danu, wer ist an dir hier vorbei? Nefi. Da sind grad zwei Leichen. Da vorne sind zwei Leichen. Ich bin grad noch dran. Ja, aber da vorne sind zwei Leichen. Okay, Mann. Jetzt hab ich mal... Oh. Nefi ist hier an dir vorbei? Also dann ist Nefi Ninja. Ja, dann ist der Ninja. Ja, dann ist der Ninja. Der ist nach oben. Ja, lass uns doch... Ja, ja, ja. Nefi... Er ist nach oben. Das ist auch geil. Siehst du da? Die sehen uns nicht, oder? Nee. Ich seh's. Nefi. Da ist einer. Was ist hier los? Was ist hier los? Hä, wir machen hier gar nicht. Wir müssen hier weg. Da, du ist der Killer bei dir. Da ist ja alles gut. Hä, ich... Nee, ich glaub eher, dass Nefi der Killer ist. Ja, und ich glaub... Warum bin ich der Killer? Hä, wieso ist Dado der Killer? Nefi ist der Killer. Lachen Sie hinterher. Hinterher, lauf hinterher. Komm mal her. Also Holler kannst du nicht sein... Malu, du hast recht. Dado ist gerade auf die Wand gelaufen. Durch welche Wand? Dado ist ja auch der Ninja. Dado ist der Ninja? Nicht Nefi? Ja. Nein, Nefi ist der Ninja. Vex ist Nefi, ist wirklich Dado durch die Wand gelaufen? Ja. Nein, Vex. Also Vex baitet erstmal rein. Aber Holler, du hast gefragt, wer mir vorbeigelaufen ist. Ja. Das war Nefi. Ja, deswegen dachte ich, Nefi hätte gekillt. Weil Nefi hätte ja auch nicht reported. Nefi ist zu cool, um zu Nefi. Ich glaube eher Nefi war's. Ich glaub ganz fest, dass es Baloui ist. Du bist doch eh böse. Darf ich dich trotzdem kurz eine Frage stellen? Das mit der Wand? Das lügst du doch gerade. Da war doch nicht mal eine. Doch. Also es ist Nefi. Nefi ist böse. Nefi ist böse. Da ist auf die so dunkle Wand gelaufen. Glaub mir. Warum sollte ich mich denn selber verraten? Das klingt wie so eine Rolle zufrieden. Wir wollen nicht glauben, wenn du dich selbst verrätst. Aber Nefi hat recht, deswegen. Nefi, Dankeschön. Ich war so sehr zu schätzen. Was hat Nefi gesagt? Hä? Was? Was ist hier? Baloui war's nicht. Wie soll denn Baloui? Oh lol. Baloui wird dann Baloui verfüttert. Boah, das fühlst du mir besser als ein Einzeig. Baloui, frisch. Ja neun, hier. Neun, komm hier. Neun, komm hier. Baloui. Das war's noch nie, Baloui. Jen, du kannst doch nicht einfach böse sein, Mensch. Ich bin nicht böse. Ey doch, du bist doch schon eine Wand gelaufen. Nein. Doch klar. Was passiert hier? Nefi ist übrigens auch böse. Nefi ist der Ninja. Nefi? Weg, weg, weg. Lauf schön, ne. Ne, ne, ne. Nefi ist der Ninja. 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 Boah, ich hab erstmal ne schöne Falle gestellt. Jetzt müsst ihr den füttern. Und wenn ihr abgelenkt, dann müde ich euch. Warte, warte, warte. Was ist Gott? Bex, bist du böse? Nein. Der böse kommt von oben. Füttert ihn, füttert ihn. Füttert, füttert. Füttert. Na klar, ich steck euch beide weg. Dalu war wirklich der Ninja. Dalu ist tot. Dalu war wirklich der Ninja. Ich hab zurückgestochen, klar. Wer hat dich umgebracht? Du? Ja, klar. Ich hab zurückgestochen. Jenny klingt doch schlimmer. Ja, Jen ist übel. Also... Du hast die Partystimme. Jen ist richtig übel. Also Dalu hatte gerade... Also hast du gesehen, Nefi, ne? Dalu ist Imposter. Ich bin nicht Imposter. Nein, Holla ist der Avenger. Ja. Holla ist ein Avenger? Ja. Hä? Welcher? Ich bin Captain America. Boah. Ja. Ja. Aber sie hat auch Dalu getötet. Ja, weil er gerade... Ich hab revenged. Jen, du bist ja eh böse. Du bist ja durch den Nebel gegangen, ne? Oder Nefi in den... Ne, Nefi war's nicht. Es war wirklich... Dalu hat zwischen den beiden gestanden. Ich hab's genau gesehen. Okay. Dann ist es Nefi. Ich vermute halt immer noch, dass Jen böse ist. Okay. Wer ist es... Wen votet ihr denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt hier alle so wilde Sachen? Nefi. Weil du bist so ein Avenger. Aha. Ich hab Holla gewartet. Hä, wieso mich? Ich bin Avenger. Ja, du kannst auch Falke sein. Nee. Kunran, was machen wir denn? Fuck. Ich bin mir nicht sicher, ob Nefi Dodo ist. Ich skippe. Ich skippe. Ich kann keiner... Ich skippe. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance. Weil die nur skippen kann, Kunran. Die ist Falke. Nein. Ich bin Avenger. Aber ich skippe, weil die zwei irgendeinen Blödsinn voten. Und dann könnten wir zwei auf Skip kriegen. Dankeschön, Kunran. Ah. Oh, die... Oh, beide auf... Hä? Nefi's Dodo! Beide haben auf Nefi. Jetzt sag ich ja. Nefi's Dodo! Dann ist Jen die Böse. Jen ist die Böse. Jen ist die Böse. Jen ist die Böse. Kunran! Wir müssen Jen finden. Ja. Wo ist Jen? Was macht man denn mit den Knoppen? Nein! Kunran! Kunran! Du bist einfach auch noch böse. Ich weiß, dass du Falke warst. Ah! Es wär die Runde vorbei gewesen. Ja, ich dachte, du wärst halt lieb. Und dann könntest du einfach Jen jetzt abstechen. Nefi wusste. Also, so wie Nefi dann gesprochen hat. Ja, er hat Holler geworfen. Ich dachte, das ist vorbei. Ich dachte, Nefi hat das. Äh, ja, ja. Ich hab das. Das war so... Jen so, ja, dann muss es Nefi sein. Okay, das war's. Äh. Ryے rot they off du am tenimärhi ja du du wir du ich